so ja ich glaube auch da gibt viel material weg ich habe so das gefühl ja vor allem holz brauchen die holz und der holzfäller ist noch gar nicht fertig ich weiß gar nicht gut abgeblieben ist der müsste doch irgendwo sein wir haben ein paar leute ohne job eben haben wir dafür ohne job hier guck dir mal an noch ein bilder mal sehen wann die anfangen mit die emma die emma ist bestimmt ganz fleißig in sowas genau hallo sonnenschein herzlich willkommen schön dass du reinguckst so pass auf das haben wir hier ich kann es nicht sehen wo die doch hier da können wir priorität erhöhen zack mach mal mach mal den holzfäller fertig die brauchen wir nämlich ganz dringend weil ohne holz passiert dadurch extrem viel aber steine haben wir massenhaft wir haben massenhaft steine wir können hier bauen wie die großen und auch werkzeug herstellt ist doch cool so wie sieht das hier denn aus drei damen arbeiten die steht still warum das stand still gar nicht gesehen ich hoffe hier sind arbeiter überall wenig da ist jemand da ist die linie unterwegs in die florenze ok besten hier am boot backen das läuft auch gleich das brot eine bei einem bäcker wir ein bäcker kann das alles hier versorgen ohne der probleme ach ja doch da machen wir hier noch einen hermann und thomas sind hier am werkeln ok da ist jemand am arbeiten drei sogar darauf drei so kohle haben wir theoretisch soll die beiden am eisen schmelzen was ist hier der schmied die beiden schmiede sind auch glüdern wie großen das weiß ich gar nicht wie wir stellen sie denn her ich glaube das ist kohle haben wir mal gucken wie viel eisen wir haben was haben wir was haben wir jetzt hier auf holz 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 da haben wir hier eisenbahnen vier stück los ist ja nicht so ganz gewaltig opsala gab es ein klein bisschen meinungsverschiedenheiten also gedanklich also kohle haben wir an und 40 und eisen ja erz ein eisenerz also dass das kriegen wir da schon raus aber die eisenbahnen hier das bisschen schwierig vielleicht brauchen wir noch ein schmelzer mehr hier so eine eisenschmelze aber nicht verkehrt lassen sie mal in bauen den eisenschmelzer den guten hier auf dem wir immer platzieren so nicht so dicht weg hier das läuft wie weit ist er hier der ist fertig cool alle in arbeit okay aber zwei neue kommen gleich sehr gut das ist doch herrlich das läuft doch mensch so wie weit sind die oben am schloss ach guck mal eine an das sieht doch schon nach was aus ich habe schon über die hälfte fertig wie schnell sind sie hatte also da muss man sagen unsere jungs sind hier echt am rackern so wie sieht das hier aus mit unseren wohnen kommt da hinten bauen sinne da wird überall gebaut da wollen sie bauen also die warten ja nur auf flinke hände die sich da sind die am schloss bauen sind und am hier nachher an der an der kirche ach ja und ganz nebenbei wie war bei euch das wetter so hier war es zum beispiel eine mörderkatastrophe also das war wirklich herbst es war kalt und stürmisch ach du grüner gott ach miste ja das muss ich noch machen ihr beide bekommt noch den schlüssel kein problem mache ich gleich nach dem stream fertig das bekommt ihr alles kein thema da oben wird das gebaut ist ja cool oh gott mal ein bild machen jannik hier gibt schwert da stimmt stimmt kein schraubmüssel naja ist fast das gleiche ich bin gespannt wie glücklich sie sind wenn sie endlich was brauchen sie denn die sind alle so was von glücklich guck dir das mal an die sind so was von happy das gibt es gar nicht das ist ja das ja ne beängstigend ist ja also sozusagen wir hatten hier noch großartig aufgebaut ausgebaut hier duschen aber diesen woher da geht es los klamotten klamotten und die kirche fehlt noch ja die ist am bau sind wir sind dabei sind dann beim klamotten haben wir alles hier vielleicht gibt es ja sogar eine reichweite wenn man sagen kann das sind hier brote brote werden verkauft die großen also wir machen der bäcker schafft das irgendwie schon alles ohne probleme wie viel haben wir denn jetzt hier 72 mehl wolle haben wir 6 7 wir können eventuell noch ein bisschen hier schäfer spielen so kleine watte kissen hier noch ein bisschen hier mehr aufstellen wo ist denn der schäfer schaaf da ne schaaf haben ich will mal sagen die baum wie hier noch in was ich die kunde lasse sie kunde lasse sie ihren die baume hier hin einfach ne wisst bescheid läuft wie geschnitten foundation ach ja genau wir müssen ziehen ja erhöhte bürger haben muss mal sagen irgend so im dreh rum so und das mit der stadtmauer das lassen wir noch also das lassen wir noch das ist nie so ganz mein fan das ding weil irgendwie mit den nachbarn haben wir sowieso nicht sein mut da bekriegen wir uns ja sowieso nicht weil wir verkauf wir brauchen wolle sind wir wahnsinnig naja gut wir müssen irgendwo geld haben und auch hier brot verkaufen wir auch noch das mit der wolle lassen wir mal wir gucken mal wie viel wolle da so über ist weil hier steht ja auch nicht wie viel produzieren drei hat er auf lager liegen 10 auf lager liegen hallöchen wieso liegen die auf lager wer nimmt die wolle nicht an wolle wussten die wolle diese akzeptiert hier da liegt warum ach die beiden sind im stress glaube ich was haben wir hier noch wolle akzeptiert so so dass die gesamt nicht baut na gut wir können das hier mal genau priorisieren macht das mal ein bisschen fixer hier ist noch fertig oder wäre schön wenn das mal fertig werden würde da haben wir ein wenig mehr eisen warum geht das immer aus mache ich das immer aus so schlimm ist das schon auch nicht mal ein eisen haben nur noch ja 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 ich lass das mal daran hängen so aber das machen wir anders so und so Wäre auch nicht schlimmer, wenn das ein bisschen größer wäre. Also so die Übersicht ein bisschen größer. 176 Weizen haben wir. Bös. Wie bitte? Dann müssen wir noch so ein kleines Windrädchen dahin haben. Ne? So eine Sturmmühle. Windmühle. Pass mal auf. Bauen wir noch eine Windmühle. Dreh dich mal in Windrichtung. So. Das passt hier so wunderbar hin. Bops. Da noch Windmühle hin. Fertig. Mensch, das läuft auch. So muss man auch. Haben wir noch Leute? Wir haben noch, glaube ich, noch ein Leutchen. Alter, hier drei Leutchen sind am Gange. 14 Holz auf Lager. Vier sind, ähm... Möchten gern abtransportiert. Also das möchte ich gern abtransportiert werden. Komm in Gange, Freunde. Haut rein. Das muss fertig. Und hier sind auch, hier ist auch jemand bei. Ich hoffe mal. So. Ach, zwölf Brenner bringen sie mal fix hin. Wir können nicht weiter auseinander... Also die wollen nicht mehr bauen. Ich weiß nicht warum. Gut, das ist fast ausgebaut hier, ne? Und hier unten können wir nicht hin. Weil hier die, die, äh, äh, Schafe sind. Wupp. Ach, guck einer an. Guck einer an. Jetzt wo die Kirche steht, ne? Ich wollte sagen, wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Aber guck dir das mal an hier. Jetzt wollen sie hier bauen wie die Großen. Dürfen sie auch. Hier dürfen sie bauen. Hier, ähm, nicht, vielleicht nicht hier, aber sonst überall. Weil es kann ja sein, dass wir die Kirche noch ein bisschen vergrößern werden, ne? Das kann ja passieren, also, das, ne? Ist ja nicht unmöglich. Verbotenes Land. Vielleicht noch ein bisschen mehr hier. Ich glaube, das wird nicht die einzige Kraterale sein, die wir haben. Da wird noch mehr passieren. Oh, oh. Oh, 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 da sieht schon noch was aus hier. Es wird schon, es wird schon. Aber mein, warum geht der mal raus hier? Mensch, was ist los? Hallo. Na, da läuft doch was. Oh, hier, da, der, die, ähm, nach, die Schmelze wird gerade gebastelt. Da. So weit sind wir da nicht mehr weg von. Och Gott, das will, da findet ja noch Tools und, ach, Tools haben wir auch nicht mehr. Haben wir alles verheizt. Aber ich glaube, ich fürchte fast, das ist wirklich, ja, das geht alles hier rein, ne? Das geht alles hier rein. 166 Tools brauchen wir dafür. Och, Gottes Willen. Was ist hier oben? Da möchte ich gar nicht gucken. 51 brauchen wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute sind am Wühlen. Mensch, Leute. Meine Güte, hier ist was los. Also hier ist echt was los. Wir müssen doch noch, ähm, ja, leider müssen wir es. Wir müssen doch noch ein bisschen, äh, Werkzeug zu kaufen. Sonst wird es eher nicht werden. Das brauchen wir doch mal. Ja, nützt ja nichts. Meine Maus spinnt wieder. Kann ich aber auch nicht sein. Doch, das stimmt. Die Maus spinnt wieder. Ich hab ne spinnende Maus. Mein Gott. Was alles gibt, ne? Jetzt spinnt sie nicht mehr. Alles wieder gut. Das Spinnen ist durch. Frag mich nicht, warum das gerade so gewesen ist. Das hat die ab und zu mal. Böse Maus. Mann doch. So, Paulus mal fertig. Lucy, hau rein. Und der Schäfer, wie viel, wie viel Paulus haben wir jetzt? Ähm, sechs. Ist das echt nicht viel, ne? Da müssen wir irgendwas machen, ja. Aber. Nein, bleib mal. Zack, so. Pausieren. Ne, bausieren wir was nicht. Die haben neue Upgrade. Pass mal, das ist das hier ein bisschen wehig. Was, wo sind die denn dabei? Also noch alles Standard, ne? Also ist nicht großartig da. Ach, hier vorne. Welches denn? Ach, das hier. Sehr schön. Also, ne? Ja. So, Autosay funktioniert auch. Bester Kram. Wie viele Leute haben wir denn noch ohne Job? Zwei Stück? Drei Stück? Drei ohne Job. Ja, großartig. Du, Mette ist immer gerne. Warte mal, wo ist die Maus? Die Maus ist da. Okay. Auf dem Schaf. Alles klar. Wunderbar. So. So. Ist das nun fertig hier? Zehn Steine. Ah, die haben ja so viele Steine, ne? So viele Steine. Zur Not können wir auch Steine verkaufen. Wie viele können hier denn arbeiten? Nämlich zwei, ne? Ja, zwei Stück. Ach nee, da sind zwei. Und hier? Auch zwei. So, dann können wir das nämlich hier anschmeißen. Das kriegt dann, dass die doch mehr hier Eisenrand kriegen. Haben wir nur einen Schmied oder wie sieht's aus? Ja, wir haben nur einen Schmied. Und wie viel Kohle haben wir? 26. Dann würde ich doch glatt mal sagen, ein Schmied wäre auch nicht schlecht, ne? Ein Schmied wäre echt nicht verkehrt. Wo ist denn der Schmied? Äh, da. Black Smith. So, ihr macht doch keine Konkurrenz, ne? So. Zack. Siehste. Ich habe es gar nicht gesehen, wie teuer der war. Wie teuer ist denn der? 200. Naja, das geht ja noch, ne? Der Forrest Camp, der wird nur 50. Du kostest nur Fufi. Das ist ja fast nix. So. Und was da noch fehlt, ist so eine, ähm... Was fehlt denn da eigentlich noch? So ein bisschen Glasschmelze. Dass die so ein bisschen hier Glas machen. Also jetzt Gläser machen können und so Kram. Ist ein bisschen, ne? Kunsthandwerk. Das fehlt hier auch noch. Eventuell. Friedrich ist da voll im Gange. Siehste, haben wir bald einen neuen Schäfer. Neue kleine Wollknollen laufen dann rum. Weil die brauchen wir nämlich. Und die andere Mühle, die muss auch im Gange hier. Äh, zack. Muss auch fertig. Ganz dringend. Wie sieht's mit dem Schloss aus? Schloss ist doch schon mal nicht schlecht. Fast fertig. Nicht mehr viel. Fast fertig. Und das Teil. Jo, fast fertig, das Ding. Also mir wäre das eigentlich lieber, wenn sie den Weg gehen würden. Anstatt hier stehen wir schnell jedes Mal den Berghochkraxeln da. Das passt ja nicht so ganz, ne? So ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig. Aber jetzt ist schon mal was zu sehen, ne? Muss ich mal sagen, das gefällt mir. So, 20 Kohle haben wir hier. Ein bisschen Eisen ist da. Und zweimal Wolle hat er da eingesammelt. Zweimal Wolle. Und die sind immer noch am Schneiden, ne? Da brauchen wir wirklich so viele. Wir haben jetzt ein, zwei, drei, ne? Drei Stück davon. Wieso kriegen wir denn nicht so viel hin? Zwei neue. Ach, wundervoll. Genau so ein Schein. Bald kann es einziehen. Dauert nicht mehr lange. Also können wir schon mal die Koffer packen. Mhm. Mhm. Oh. Oh. Ist auch interessant, also eine interessante Aussicht hier gerade, ne? Hier wird gewerkelt und ganz oben, ganz oben sehen wir die Burg auf dem Berg. Wir können ja auch theoretisch da ein bisschen die Häuser hochbauen lassen, ne? Also so ein bisschen bis an die Burgtore ran, ne? Könnte man ja machen. Ja. Koffer stehen schon bereit. Na, dann mal los. Geh gleich los. Kann nicht mehr lange dauern. Da fehlt noch ein bisschen Werkzeug. Village Kapazität 29. Ach, Gottes Willen, was passiert? Ähm, was machen wir auch? Was kostet uns der Spaß hier? 150 Gold! Alter, Freund! Sonnenschein, das Ding ist zu teuer. Wir müssen dann wieder was abreißen. Das ist zu teuer. Das können wir uns gar nicht leisten. Immer diese öffentlichen Gebäude, ne? Alter, Freund, die sind viel zu teuer. Was kostet es denn die Kirche hier? So ein bisschen beten ist, glaube ich, auch sauteuer, ne? Und? 80 Gold. Guck mal, viel billiger. Viel billiger und da darf jeder rein. Und die spenden denn auch noch, weißt du? So, was haben wir hier denn? Wie weißt du, sind wir hier? Fast fertig. Oh, da findet ihr das Werkzeug. Werkzeug ist das Problem. Genau, wegen dem WLAN-Kabel. Das darf ja nicht verheddern. Oh, ist fertig. Oh, hier, warte. Das Ding ist fertig. Genau, der Martin. Und die gewinnt. Gewinnt. Quatsch und Willen. Die wohnt, also die arbeitet auch hier. Finde ich gut. Hier ist der wohl. Wie viel Kohle haben wir denn? 20 Kohle. Und die abgehenden alle ihre Hütten. Wie groß. Okay. So, das Ding wird auch bald fertig. Ich sehe, dass sie mich kommen hier. Wir brauchen Werkzeug. Werkzeug ist ganz wichtig. Dafür brauchen wir einen Schmied. Huh. Das Schloss ist fertig. Fertig. Ihr könnt einziehen. Also, ne? Bestellt schon mal das Taxi. Geht los. Ähm. Quest beendet. Jetzt machen wir noch die Kirche bauen. Also sind wir mit der Quest auch durch. Wir haben jetzt... Woche 37, Tag 1. Na, das ist doch brillant. Hallo, Silberdachs. TV. Schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. Ist das was? Die Alpha 2? Nein. Da sind wir noch die Alpha 01.35. Gab's das schon wieder? Das gab doch kein Update. Glaube ich nicht. Dann hätte ich das mitgekriegt. So. Was ist denn jetzt so los? Hier macht die Hände, Freunde. Ach, wir brauchen Werkzeug. Werkzeug ist unser kleiner Knackpunkt. Weil wo nichts ist, kann auch nichts gebaut werden. Aber das Schloss ist fertig. Das Schloss ist fertig. Wir werden ja mal hochwandern. Das Schloss Sonnenschein. Also der Anfang, ne? Der eine kleine Flügel, sozusagen. Das ist schon mal so ein bisschen fertig. Schloss Sonnenschein. So. Fliegen wir mal kurz über unseren Ort. So weit sind die mit der Mühle. Ne, wie gesagt, Werkzeug fehlt, ne? Werkzeug klemmt gerade so extrem. So, und das Ding. Ähm. Die Lucy bringt gerade Krams. Ist auch gut. Ich weiß nicht, ob hier schon jemand angefangen ist. Ähm. Oh ja. Friedrich ist dabei. Und die, der Elaine. Die Elaine. Die ist auch dabei. Die hilft. Auch sehr gut. 166 Tools. Alter, Freunde. Wir brauchen so viel. Aber wir kaufen hier schön zu, ne? Ist doch nicht so, dass jetzt, äh... Ich befürchte sogar, der Händler kommt irgendwann. Da kommt er lang gerannt. Da ist der Händler doch schon wieder. Ich drehe ruhig. Achso, die einfach mal zwei, meinst du? Nein, das ist so weit, das sind noch nicht. Hm. 26.06. Geht das da los? Das kann sein. Das kann sein. Wo ist ein Händler? Wo ist der hin gerannt? Der ist doch gerade hochgestiefelt, oder nicht? Ah, jetzt habe ich ihn verpennt. Ich habe ihn voll verpasst. Aber wir haben ja gesagt, kaufen. Irgendwas haben wir gekauft. Also Kohle ging runter. Ich denke mal, wir haben gerade Tools gekauft. Die wurden gleich in die Hand gerafft. Also in die Tasche und ab zur, zur, ähm, ja, zur Baustelle. Wie sieht es hier aus? Fehlt immer noch ein bisschen. Oh, Mann. Oh, vielen Dank, Silberdachs, für dein Host. Oh, vielen Dank, Silberdachs, für dein Host. Es zuckt ein bisschen. Warum zuckt es?